Jesus sprach zu Einigen, die davor erzeugt waren, um ein Recht zu sein, und die anderen erachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen wieder auf in den Tempel, um zu beten, der eine war ein Pharisäer, der an der Ewelszöne erahnt. Der Pharisäer stellte sich hin und betete also. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht mit mir, die ewigen Menschen träume, ungerechte, die ewigen Menschen träume, um zu beten, die ewigen Menschen träume, um zu beten, und wachte die Augen, um zu beten, der eine war ein Pharisäer, der eine war ein Pharisäer. und wagte die Augen, mich zum Himmel zu erheben. Son, der Herr schlug an seine Brust und sprach, Gott sei, 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 Gott sei,